Ein mysteriöser Knopf in Cyberpunk hält Reddit in Atem, Assassin's Creed Shadows will gar nicht historisch korrekt sein und im neuen Helldivers Update eskaliert die Freiheit. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr eskaliert jetzt in den News. Auf Reddit geht gerade ein Geheimnis aus Cyberpunk 2077 steil. Der Geheime Knopf, dieses Easter Egg hat der User Aggressive Seacog gefunden und ihr schreit wahrscheinlich jetzt schon grad vor Neugier platzend euren Bildschirm an, ja was passiert denn wenn man den drückt? Das zeige ich euch, wir haben es nämlich auch selbst ausprobiert. Ihr müsst dazu nur an diese Kreuzung hier zwischen Japantown und Charter Hill und da ist er dann seitlich unscheinbar an diesem Geländer hier, jetzt drück halt endlich! Okay, der Geheime Knopf ist eigentlich nur ein Lichtschalter, aber nicht irgendein Lichtschalter, denn damit geht wirklich in der ganzen Stadt die Straßenbeleuchtung aus und das bleibt auch so, selbst wenn man mehrere Tage wartet. Erst wenn ihr wieder auf den Knopf drückt, geht das Licht wieder an. Zugegeben, ich habe im ersten Moment erwartet, dass man jetzt mal richtig Night City machen kann, also dass wirklich das komplette Licht ausgeht, also auch die Werbetafeln und die Lampen in den Häusern ausgehen, aber ist natürlich trotzdem ziemlich cool. Richtig bitter ist das übrigens für den Reddit-User Somnisuccubus451, die das gleiche Geheimnis schon Jahre vorher entdeckt haben, nur hat das damals niemanden interessiert. Wo genau ihr die Kreuzung findet, das zeigen wir euch hier im Artikel auf GameStar.de, ihr könnt das übrigens auch ohne das Addon Phantom Liberty ausprobieren, das geht einfach mit dem Hauptspiel. Seit mehreren Wochen gibt's immer wieder Kritik und Vorwürfe gegen den Publisher Ubisoft, es beim im feudalen Japan angesiedelten Assassin's Creed Shadows mit der Vorlage nicht ganz so genau zu nehmen. Dazu hat sich Ubisoft jetzt in einer Stellungnahme bei X geäußert und sagt, Assassin's Creed war noch nie historisch korrekt. So erklärt der Publisher, dass man sich zwar schon bei der japanischen Community dafür entschuldigen möchte, Zitat Anlass zur Sorge gegeben zu haben. Trotzdem wolle man klarstellen, dass Shadows zuallererst ein Unterhaltungsprodukt sei, bei dem man sich genau wie bei den bisherigen Spielen der Reihe gewisse kreative Freiheiten rausnimmt. Ubisoft habe nie die Absicht gehabt, die damalige Zeit komplett fakten-treu zu dokumentieren, sondern in den Fans Neugier zur Epoche wecken zu wollen. Konkret nennt man im Statement den Protagonisten Yaskel, der zwar im Spiel ein Samurai ist, in echt aber bis heute debattiert wird, ob das damals wirklich so war. Ubisoft erklärt, dass man auch für Shadows wieder mit zahlreichen internen und externen BeraterInnen zusammengearbeitet habe, letztlich aber das Team die Entscheidungen treffe. Man soll jegliche Kritik also zu Ubisoft selbst tragen. Ubisoft hat sich bei der Werbekampagne für Shadows ein paar gröbere Schnitzer geleistet. So tauchte in einem der Konzeptzeichnungen statt einer echten historischen die Flagge einer Gruppe für historische Schauspiele auf. Auf einem Event hatte Ubisoft zudem in einer Vitrine das Schwert von One Piece Held Zorro als das von Yasuke ausgegeben. Die Yasuke-Figur in der Collector-Sydischen trägt zudem auf Rüstung und Standarte zwei verschiedene Familien-Banner. Wegen dieser und anderen Verfehlungen hatten Fans Ubisoft mangelnden Respekt vor der Kultur Japans vorgeworfen. Die besagte Schauspielgruppe fordert sogar die Vernichtung bereits hergestellter Artbooks, in denen ihre Flagge fälschlicherweise abgedruckt wurde. Helldivers 2 bekommt mit Eskalation der Freiheit das bisher größte Update. Der kostenlose Patch bringt jede Menge neue Inhalte mit, darunter neue Feinde-Schauplätze und endlich auch Verbesserungen beim Team-Kick-Feature. Neu vor die Flinte bekommt ihr demnächst den Pfähler, dessen Tentakel sich aus der Erde buddeln. Fans sollen den schon aus Helldivers 1 kennen, hab ich nie gespielt, mir kommt der deswegen aus Half-Life 1 schrecklich bekannt vor. Ebenfalls neu dabei sind der in der Nebeldunst gehüllte Spore-Charger und der Alpha-Kommandant der Terminiden, der wie der Brute-Commander-Verstärkung zusammentrommeln kann. Die Bots bringen dagegen Artillerie-Panzer ins Gefecht. Mit Super-Helldive gibt's außerdem einen neuen, besonders knackigen zehnten Schwierigkeitsgrad, es kommt ein neues, düsterer Sumpf-Biom dazu und es gibt neuerdings auch besonders große Außenposten zum Erobern, also endlich mal was für das das 380mm Orbitalsperrfeuer nicht verschmissen ist. Ebenfalls angepasst wurde das Kick-Feature, wer nämlich aus einem Match geschmissen wird, landet künftig als Host in einer eigenen Partie des gleichen Matches inklusive dem kompletten Loot des Teams. Das Team verliert übrigens den Loot auch nicht, es werden also mögliche Nervensägen entfernt, man verliert aber auch nicht sein ganzes Zeug, wenn der Herausschmiss eigentlich gar nicht berechtigt war. Klingt für mich nach nem guten System. Erscheinen soll Escalation of Freedom am 6. August. Muss ich also doch mal wieder Helldive was spielen, was meint ihr? Schaut ihr's euch auch nochmal an? Es kommt raus, es funktioniert nicht und sie schmeißen es sofort weg. So urteilt Steve Sinclair über das Vorgehen großer Publisher bei neuen Live-Service-Games. In einem Interview mit dem Magazin Videogames Chronicle kann der Chef von Digital Extremes darüber nur den Kopf schütteln, immerhin hätten all diese Unternehmen eigentlich die finanziellen Mittel, um solche Spiele auch über eine holprige Startphase weiter zu unterstützen. Sinclair weiß dabei genau wovon er spricht, immerhin hat sein Studio mit Warframe schon 2013 eines der ersten Live-Service-Games veröffentlicht, das über die Jahre enorm gewachsen ist und mit Warframe 1999 schon bald die nächste Erweiterung bekommt. Ihm zufolge würden viele Publisher zwar im Vorfeld viel Zeit und Geld in die Entwicklung der Spielsysteme stecken, sobald dann aber zum Release die Spielerzahlen einbrechen, würden viele aus Angst sofort die Notbremse ziehen. Zwar nennt er keinen Namen, ihm zufolge habe diese Taktik in den letzten Jahren aber mehrere Projekte mit großem Potenzial noch in den Kinderschuhen erledigt. Wie lange Publisher solche lebenserhaltenden Maßnahmen durchführen sollen, erklärt Sinclair im Interview aber nicht. Aber was denkt denn ihr? Kann man das überhaupt so pauschal sagen oder sind manche Spiele solche Rettungsversuche gar nicht mehr wert? Schreibt's mir in die Kommentare! Player First Games, das Studio hinter Multiverses, gehört ab sofort zur Warner-Gruppe. In einer Pressemitteilung bestätigt WB Games, dass man das Team aus Los Angeles übernommen habe, ein Kaufpreis ist aber nicht bekannt. Die Führungsstruktur soll unverändert bleiben, WB Games erhofft sich damit aber langfristigen Support für Multiverses. Das Fighting Game ist das erste Spiel von Player First Games, das im Mai-Final erschienen ist. Aktuell läuft dafür die zweite Season mit neuen Charakteren wie Beetlejuice und Samurai Jack. Der Publisher Capcom will auch weiterhin Spiele auf Discs verkaufen. Das geht aus einer aktuellen Fragerunde für Investoren hervor. Obwohl man schon jetzt 90% seiner Verkäufe digital erzielt und die Quote bis Ende des Jahres sogar 93% erreichen soll, wird es auch weiterhin physische Ladenversionen von Capcom-Spielen geben, weil, Zitat, ein signifikanter Teil der Kundschaft das auch weiterhin fordere. Das bedeutet aber nicht, dass es ALLE Capcom-Spiele auch auf Discs geben wird, das letztere kleinere Spiel, Kunitsugami Path of the Goddess, ist zum Beispiel nur als Download erschienen. Capcom steht mit seinen Digitalverkäufen nicht alleine da, denn eigentlich alle großen Publisher erzielen den Großteil ihrer Einnahmen inzwischen online, in den USA haben große Händlerketten wie Best Buy oder Walmart bereits reagiert und den Verkauf von Datenträgern im Geschäft komplett aufgegeben. 2011 haben sich Shinji Mikami und Suda51 zusammengetan und das komplett abgedrehte Shadows of the Damned veröffentlicht. Das bekommt jetzt, 13 Jahre später, mit Hella Remastered eine grafisch verbesserte Neuauflage. Die hat neben 4K-Auflösung auch neue Features wie zusätzliche Outfits und einen New Game Plus Modus. Erscheinen soll Hella Remastered für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und sogar die Switch. Und damit ihr euch nicht den stressigsten Trailer der Menschheitsgeschichte bis zum Ende anschauen müsst, sage ich euch jetzt einfach wann, nämlich am 31. Oktober, also zu Halloween. Gern geschehen! Bei Humble Games, dem Publisher von Spielen wie Temtem oder Slay the Spire, kreist die Axt. Den übereinstimmenden Medienberichten nach wurde dort die komplette Belegschaft gefeuert. Insgesamt 36 Leute haben ihren Job verloren. In einer Stellungnahme erklärt das Unternehmen aber, dass das nicht bedeutet, dass man Humble Games schließt. Stattdessen wolle man sich neu aufstellen und betont, dass alle kommenden Releases des Publishers wie geplant erscheinen werden, auch Humble Bundle sei davon nicht betroffen. Gegenüber dem Magazin Venture Beat haben ehemalige Angestellte erklärt, dass die Mutterfirma Civ Davis in den letzten Jahren zweimal erfolglos versucht haben soll, Humble Games zu verkaufen. Wie's da jetzt ohne Personal weitergehen soll, bleibt aber erst mal offen.